Hallo meine lieben YouTuber, ja und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu Bibi's Movie Channel. Ja meine Lieben, wie ihr seht, ich bin unterwegs. Ja, ich bin heute wieder draußen. Bikki ist heute auch wieder mit am Fahrt, ja. Und ich stehe hier an einer Brücke. Ich weiß gar nicht, ob ich euch hier schon mal mitgenommen habe. Ich glaube schon, oder? Wir sind schon mal draußen hier gewesen. Und ja, heute ist es schon etwas spät. Ich bin auf dem Weg zu meinen Eltern, ja, die besuche ich heute. Und ja, ich habe gedacht, ich drehe mal wieder so einen kleinen Vlog, weil wir haben heute so um die 12, 13 Grad ungefähr. Also ihr seht, ich habe auch eine wärmere Jacke an. Und ja, ich fahre jetzt diesen Weg hier entlang. Ja, einfach durchs Grüne. Und ja, ihr könnt mich auch heute begleiten. Und wenn ihr Lust habt auf eine neue Bikki-Tour mit mir, ja, dann bleibt einfach dran. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß, meine Lieben. So, dann steigen wir mal auf. So, Bikki. Ja, ich bin immer noch so mega happy. Und ich filme jetzt einmal noch mal runter. Schaut mal. Also das ist so eine alte Mühle und da läuft dann das Wasser runter. Früher konnte man da auch so rumgehen. Aber das ist nicht mehr. Das ist jetzt zu. Und hier könnt ihr noch ein bisschen von der Sonne sehen. Und ja, ein Bauernhöfle. Und ja, da konnte man auf jeden Fall dann so lang gehen. Das haben die jetzt zugemacht. Leider, wenn das jetzt nicht so gewesen wäre, wäre ich da gerne mit euch nochmal so runtergegangen ans Wasser. Aber ist nicht, Leute. So, ich steige jetzt mal auf. Und los geht's. Hinter mir ist noch eine Mieze. Auch in der Wiese. Ja, es reimt sich sogar irgendwie. Und ich hoffe natürlich, dass ihr mich verstehen könnt, weil es natürlich hier auch noch windig ist. Aber ich denke, das klappt ganz gut. Es waren gerade zwei Kiddies. Und hier sind sonst auch auf der Wiese Rinder. Aber heute sind die nicht zu sehen. Leider. Ja. Aber auf jeden Fall ist es trotzdem schön. So, ich fahre jetzt hier an der Bahn lang. Und die haben hier auch schon wieder alles abgeholzt. Leute, wir sind schon wieder total beim Thema, dass sie das hier alles abgeholzt haben. Und ja, das sieht noch alles so unschön aus, weil das noch nicht so bewachsen ist. Aber wie gesagt, der Frühling kommt früh genug und ruckzuck ist das dann wieder bewachsen. Und ich habe heute, ich lehne mich mal jetzt hier so auf, ich habe heute doch schon eine ganz schöne Strecke hinter mir. Ich bin heute auch noch im anderen Ort gewesen, in die andere Richtung. Und ja, zu meinen Eltern geht es dann nochmal in eine andere Richtung. Und ja, da habe ich schon ein paar Kilometer jetzt gemacht heute. Guck mal, wie kaputt die Straßen hier sind. Und das kennt ihr vielleicht von euch auch. Ich habe für den Rückweg auch extra noch eine Mütze mit und meine Lichter natürlich. Weil ich habe das Gefühl, dass die wie heute im Dunkeln nach Hause fährt. Ja, es ist irgendwie heute so spät geworden, Leute. Aber ja, ihr wisst ja, wie das ist mit Alltag und Co. Aber so bleibt man auch fit. Genau. Auf durch den Tunnel, Leute. Leute, da liegen echt noch Schneeberge. Seht ihr das? Heftig, oder? Das hätte ich nicht gedacht. So, ich bin jetzt fast angekommen. Und fast bei meinen Eltern. Ja, wie ich euch gesagt habe. Und die Sonne geht jetzt schon langsam unter. Aber wir sind jetzt gleich da. Und ich würde einfach sagen, bis später. So, ihr seht, ich stehe wieder im Garten. Wie letztes Jahr. Aber diesmal ist die Hecke natürlich. Es ist alles noch voll mit Laub. Und ja, ich bin total zerzuselt und kaputt. Ich gehe jetzt erst mal rein. Ich werde jetzt erst mal was trinken. Und ja, werde mich dann schön mit meinen Eltern unterhalten. Wir werden bestimmt auch noch was essen. Und dann geht's wieder zurück. Es ist jetzt schon dunkel. Ich kann euch nicht mal den Mond filmen. Sehe ich leider nicht, Leute. Aber ihr hört mich noch. Ich sehe jetzt auch, es ist dunkel. Aber ich nehme euch jetzt noch eine kleine Strecke mit. Valky hat hier Licht. Es ist jetzt auch schon richtig kühl geworden. So, jetzt haben wir hier Licht. Es ist schon kühl. Ihr seht, ich habe meine Assassin's Creed Mütze auf. Ja, und es macht auf jeden Fall immer noch richtig Spaß zu fahren. So, jetzt bin ich hier unter einer Bahnunterführung. Und ja, es geht langsam oder immer mehr heimwärts. So, ich bin jetzt hier an einem Gebäude beim Bahnhof. Und ja, es wird hier auch schon sehr, sehr frisch. Muss ich ja echt sagen. Also, es wird sehr, sehr kalt. Und ja, Motorradfahrer. Und ja, ich habe jetzt noch eine kleine Strecke zurückzufahren. Ich muss noch ein bisschen am Wasser rumfahren. Und ja, ich würde einfach sagen, dass ich mich jetzt schon von euch verabschiede. Ich habe gerade ein Auto. Und ja, ich würde mich jetzt verabschieden von euch, Leute. Ich hatte auf jeden Fall einen wunderschönen Tag bzw. Abend bei meinen Eltern. Also, es war echt richtig schön. Und ich freue mich immer, wenn ich da sein kann und bin und wir uns sehen. Und ja, heute war das mal einfach ganz spontan aufgrund des Wetters und Co. Und ja, ich würde einfach sagen, Leute, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag oder Abend, wann auch immer ihr das Video schaut. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht, mal so eine kleine Runde wieder mit mir mitgefahren zu sein. Kann man ja so sagen. Und ja, ich würde dann sagen, wir sehen uns wieder beim nächsten Video, meine Lieben. Macht's gut und bis dahin wünsche ich euch natürlich alles, alles Liebe und bleibt gesund. Tschüss!